Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Teeth mit Folgen... Ja, mit Folge 18. Zum Folge 18. Ich hab letztes Mal schon Folge 18 gesagt, es war komplett falsch. Wir sind jetzt erst bei Folge 18. Aber, ist ja egal. Hier ist keiner und ich hab einen schönen Schraubstock, der sagt, dass ich hier durch kann. Schraubstock. Ja, oder Schraubzieher. Achso, das geht jetzt so auf... Lustig. Ist da ein Schalter rechts? Oder was war das da, dieser goldene Schlag? Na, das scheint einfach nur so ein komischer Ring zu sein. Ah, Maus. Jetzt hat es ja nur kurz gehangen, zum Glück. So. Nein, du solltest schon geduckt bleiben. Das war schon nicht schlecht. Ich fahr jetzt hier rüber. Was ist da runter? Hier blinkt irgendwo was. Manchmal übersieht man die Sachen auch schnell, gell? Man sieht ja, ich immer nur durfte es blinken. Das ist eigentlich schon gar nicht so schlecht, dass es so ist. Aha, okay. Wo musst du lang? Reicht's allerdings? Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Geiler Witz. Der Witz ist supi. Okay. Ich kann jetzt überall rüber. Was hat mir das im Endeffekt gebracht? Ich komme jetzt hier hin. Okay, dieser Weg war jetzt relativ offensichtlich, aber... Was das mir bringt. Das ist doch niemand. Nein, genau. Wo bist du? Wo gehst du eigentlich lang? Weißt du, wo du lang gehst? Ich gehe einfach den erstbesten Weg, den ich finde. Ist das hier Wasser, oder? Da würde ich nicht runtergehen. Tut mir leid. Muss ich ehrlich sagen, macht es nicht. Ja. Schau, ich kriege mal F. Was soll ich denn groß anders tun? Da. Links weitergehen. Kannst doch da links rumgehen, oder? Scheint so. Ja. Hä? Ja, tu. Mach dich jetzt mal nicht dicker, als du bist. Ah, okay. Das scheint wohl der Eingang zu sein, oder? Was ist denn das für ein Eingang, bitte? Ja, nee, das ist halt so ein... Pseudo-Eingang. Pseudo-Eingang. Also sind jetzt fast schon da, glaube ich. Wie auch immer, wie wir da jetzt hingekommen sind, ich habe es nicht so genau verfolgen können, weil... Wir haben einfach den erstbesten Weg genommen, den man sieht. Der einzige Ort, an dem wir uns begegnen, ist egal. Da wären wir... Da wären wir schon. Mit diesem roten Vorhang. Okay. Da die Folge gerade das angefangen hat, können wir ja nicht einfach nichts tun. Ich... Ich denke mal... Ja. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich guck dich doch, bist du behindert. Was, ich darf hier nicht frei rumlaufen? Hallo. Ich dachte... Wie schön. Du darfst bei... Trief nirgendwo frei rumgehen. Da sind doch überall Wachen sicherlich auch und so. Okay, in welchem... Okay, da war so ein komischer Typ. Da nach oben musst du. Du musst, glaube ich, da hinten die Treppe hoch. Ich guck mich hier mal kurz um. Ich denke, ich gebe sie auch so viel Loot. Aber ich will da eigentlich nur durchkommen. Ja, ich eigentlich auch. Wir sammeln ja eigentlich auch nicht so richtig Collectibles jetzt. Da ist einer, da rechts, da rechts, da rechts. Was? Renn nach oben, renn nach oben, renn nach oben. Renn, 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 renn. Schau, ob du einen Schrank findest. Da links war ein Schrank. Egal. Du hast doch keinen im Kopf. Egal. Schau, ob du einen Schrank findest. Da links geht's rein. Da hast du einen Schrank, links. Da war ein Schrank, links. Links, hinter dir. Geh da weiter, geh da weiter. Da ist ein Schrank. Ah ne, okay, geh rum. Du hast keinen Schrank, leider. Dann geht er, geht er lang, geht er lang. Hä? Ich bin voll verwirrt. Wo ist hier lang? Wo geht's eigentlich lang? Ja, okay, wir sind... Ja, das hier oben. Äh. Speicherpunkt laden. Ja, Alter, das war... Ich war vollkommen verwirrt. Und das war halt blöd. Der kam aus dem Vorhang raus. Dann konnte ich den nicht sehen. Wir müssen ein bisschen mehr Stealth-Magic vorgehen. So, so wird das nicht mehr. Okay, ich dachte, ich könnte mich hier eigentlich frei bewegen. Ja, hätte ja auch sein können. Normalerweise sind jetzt ja auch nicht unbedingt wach und in einem Botell. So ist ja nicht... Ja, sowas ist jetzt... Ich guck dich halt jetzt... Achso, du bist schon längst gelockt. Es sieht halt aus, als würdest du stehen. Nein, jetzt halt nicht. Du warst auch in der Treppe gestanden, wahrscheinlich. Dabei könnte ich mir gleich die Taten. Da steht eine Wache, die mich fast sieht. Aber die sieht dich nicht. Die sieht dich nicht. Hier komm ich nach wie vor durch. Da steht ein so ein Heini. Und ich muss nach da oben. Da, da kommt einer. Da geht er links rum. Geht links rum einfach. Ach, da ist auch einer. Ja, eben. Da, leg den um, leg den um, leg den um. Nee. Der wird dich jedes Mal wieder umbringen. Nee, der geht ja einmal so... Ich glaub, der geht ja einmal so eine Runde. Sicher? Ganz sicher. Okay, dann... Das ist gar ganz gut, wie du das machst. Schleiche mal. Fünf, oder? Ja. Da ist auch ein Schrank hinter dir, im Notfall. Zum Verstecken, meine ich. Okay. Achso, hier gibt's... Oh, oh. Aber ich kann auch eigentlich hier hinter der Säule stehen bleiben. Ja. Bewegt er sich, oder muss man den umlegen? Ich habe... Oh, schlimme Dinge getan. Und das seit dem Frühstück? Hm. Beichtet mir eure Sünden. Dann tun wir Schlimmeres. Wie viel Zeit haben wir? Okay. Wir gehen auf die Gespräche der Damen nicht ein. Nee. Würde ich auch sagen. Hup! Böböbö. Was will der Typ... Da macht alle Lichter aus, wenn du vorbeigehst schon. Wo? Macht das Licht aus. Hier. Mach einfach das Licht aus. Ich glaub, da kannst du entlang gehen, wenn du die Lichter ausmachst. Wie soll ich das erklären? Was war das? Fuck, ich dachte, da wird direkt an hinter uns verendet die laute Stimme, Mann. Und hier an der Reihe. Ein Jahrgangsgut nach Riverside. Was soll das machen? Nee, das musst du, glaub ich, gar nicht machen. Das könntest du aber machen, zur Ablenkung. Mach das mal zur Ablenkung. Ich speicher vorher mal, weil ich glaub, das gibt ne ziemliche Ablenkung. Dann musst du aber direkt hinten rumgehen, gell? Weil du musst... Eigentlich musst du genau auf die andere Seite, wo wir grad hin. Aber du kannst es machen und dann an der Seite vorbei. Was machst du? Ist das Wahnsinns? Ich lad doch einfach nur neu. Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Ich hab einfach nur Leertaste kurz gedrückt, um... Ich wollte eigentlich nur aufstehen. Ich fühle mich schon wie in so einem alten Spiel, wo man immer noch für immer geladen hat. Eigene Speicherung, ja. Ich wollte eigentlich nur aufstehen. Ah, okay. Naja, komm. Die bisher Herausforderung können nur durch das Beenden von Kapiteln in einem spezifischen Spielstil erlangt werden. Ich hab zu viel gesagt. Dieses Gesetz ist stark, was? Wieso trinken wir nicht nur einen Schluck? Ich werde jetzt an der Seite vorbei gehen. Da, außen rum gehen. Einfach. Oh nee, hier komm ich grad nicht weiter. Sicher? Kannst du nicht oben drüber? Oh! Ja sicher, wie soll ich jetzt hier rüber? Ja gar nicht, ich muss auch aufs andere Seite rum. Na, da geht's nicht weiter. Ich muss irgendwo da hoch. Ich glaub, du kannst auf der anderen Seite rumgehen. Du kannst nur hier nicht rumgehen. Ich hab überall nachgesehen. Hier und nächsten. Ich glaub, der hier. In meiner Villa in Orwell. Da strahlt er sich. Hier. Bei Sonnenaufgaben in einem herrlichen Probe. Der Baron scheint wirklich viel von euch zu halten. Aber das bringt dir nichts, da hoch zu gehen. Aber jetzt kommst du dann nur hier wieder runter. Hä? Ich muss man doch auf die andere Seite kommen. Ja, du musst an außen rum gehen. Ihr geht aber nicht, aber von der anderen Seite bin ich gekommen. Nee, bist du nicht. Du bist von hinten gekommen. Du bist von ganz hinten gekommen. Da musst du jetzt lang. Nach links, glaub ich. Hier so links rum. Ja, genau. Ich glaub, da kannst du, kannst du weitergehen. Ja, schon, da kannst du bis ganz vorn. Den musst du umlegen. Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück und warte, bis der nochmal sich umgedreht hat. Okay, das hätten wir locker geschafft, aber man kann ja nie wissen, wie sie sich bewegen in dem Spiel. Aber warte nochmal kurz ab, bis er sich wieder bewegt hat. Jetzt halt, schau mal. Ich kann nicht, glaub ich, so weit bewegen, locker. Nein, wieso bewegt der Typ sich nicht? Jetzt halt. Es heißt, euer Haus wäre wie ein Rudel Wölfe. Ich werde dir zeigen. Ich kann ja auch einfach hier rumflacken lassen. Ja, wir finden da runter am besten. Ja, oder? Dem wird keiner fünften. Ja, genau. Scheiß, ein Dreck. Aber der interessiert uns eigentlich echt gar nicht gerade. Kannst du da looten, ein bisschen an diesen Schreibtischen? Ja, ich glaube, hier liegt nicht so viel. Hier liegt, da liegt wohl noch was. Wo hinter dir ist doch ein Schreibtisch oder sowas. Tja. Kann man da was nehmen? Kann man da was klauen? Kann man mal gucken. Ist da noch ein Buch rum drauf, das kannst du auch noch mitnehmen. Ja, aber ich kann hier die Pflanzen fälschen. Ich habe jetzt irgendwas bekommen. Dokumente. Aber wir haben wahrscheinlich eh schon 10 Dokumente verpasst. Ah, Schlussknacken. Ich hoffe nur, dass jetzt keiner gerade kommt und dich dann einfach mal umbringt. Wäre eher weniger lustig. Komm, da war's. Exaktisch. Komm, da war's doch. Tür auf. Und da das hier anscheinend so ziemlich der Endweg sein scheint. Da ist doch nochmal ein Regal. Hier geht irgendwas vor. Ich muss diesen Geheimgang finden, den Zhao Zhao erwähnte. Er muss hier drin sein. Okay. Also hier in dem Zimmer ist angeblich ein Geheimgang. Können wir, wenn auch, mit Fokus finden. Wollen wir aber ja natürlich erstmal ohne Fokus schaffen. Erstmal will ich hier diese Kiste knappen. Können wir zumindest versuchen, ja. Das ist eh sicherlich hinter dem Bild oder so. Ja, irgendwas Großes. Einen Geheimgang kann man nicht so. Alles haben sie erst Gold. Alles. Einen goldenen Spiegel. Hier ist erstmal noch so ein Guckloch. Hä-hä. Boah, wenn das nicht offensichtlich ist, dann weiß ich auch nicht. Da brauchen wir, um ehrlich zu sein, gar keinen Fokus dafür. Ja, wenn das nicht offensichtlich war, dann weiß ich auch nicht. Und unten dann halt noch. Hallo. So. Zack. Hallo. Ich komm nicht nach unten. Jetzt. Hä? Nee, hier hab ich den übersehen. Oh, okay. Aber vielleicht kannst du auch erst den einen machen, dann siehst du erst den anderen. Okay, das war jetzt wirklich offensichtlich. Nee, das war geheim. Wow. Das war offensichtlicher als offensichtlich. Mal sehen, was in diesem Haus des Flüsterns versteckt ist. Ich mach hier erstmal dunkel. Wir hatten so einen Geheimgang. Da sind ja 100.000 Bauarbeiter wahrscheinlich beschäftigt gewesen, um diesen Geheimgang zu erstellen. Vielleicht die alte Londoner U-Bahn oder so. Hat da kommt... Wir hatten ja viele Städte. Das oder so, das ist irgend so ein... So ein, so ein, so ein, so ein... Keine Ahnung, was das ist. Da links, mein ich. Ich lese jetzt diese Säule. Ah, das Podest aus Jau-Jaus Tagebuch. Ah! Das ist älter als das Haus der Blüten. Ach, da müssen wir einen Code eingeben. Oh, Alter. Finden wir einen Weg, das Podest zu aktivieren. Okay. Ja, den müssen wir irgendwo finden wahrscheinlich. Das bringt ja nichts, das zu machen, ohne dass wir den Code nicht wissen. Ja, wie kann ich ihn jetzt hier raus? Machen wir Escape, einfach. Oder Rechtsklick oder Escape halt. Entweder Rechtsklick oder Escape. Ah, Fokus oder so. Hier steht er. Ich kenne diesen Kratzer. Das ist eine der Markierungen auf dem Medaillon. Es gibt noch... Mach mal F! Da, da oben. Das ist... Merkt ihr das mal, gell? Wir müssen das halt auswendig wissen wahrscheinlich. Vier Ringe mit Symbolen auf dem... Vielen Dank.